Hier nahm alles seinen Anfang. Die Filiale in der Heinrichstraße in Graz ist der Ursprung des Namens zu den drei goldenen Kugeln. Familie Stangl übernahm 1996 das bereits bestehende Gasthaus und kreierte ein Konzept mit dem Leitspruch Groß, gut und günstig. Mit Erfolg. 15 Jahre später sind die drei goldenen Kugeln wohl fast jedem Steirer ein Begriff. Herzlich Willkommen in der Heinrichstraße, in der erste und ältesten Filiale in Graz. Mein Name ist Evelina und ich bin seit neun Jahren dabei. In zentraler Lage erfreuen sich die Kugeln Heinrichstraße bei Familien und Studenten großer Beliebtheit. Ein rustikales Ambiente mit Raucher- und großem Nichtraucherbereich, ein wunderschöner Gastgarten und ein eigener Bierkeller, der ausreichend Platz für Feiern jeder Art bietet, laden zum Genießen und Verweilen ein. Hallo, ich bin die Tamara, ich arbeite sehr gerne in der Heinrichstraße und wir sind die einzige Filiale, wo XXL-Worker gibt. Es geht um die Wette, wenn Sie das schaffen, ist das Essen gratis. Sind Sie die Nächste, die das schaffen werden? Das gibt's nur bei den Kugeln in der Heinrichstraße. Ein Standort, bei dem man auch auf die Jugend setzt. Zwei junge, motivierte Kellner verstärken seit kurzem das bestens geschulte Team in der Heinrichstraße. Hallo, ich bin Nadina, ich bin die neue Kellnerin in der Heinrichstraße. Hallo, ich bin der Clemens und ich bin der Neuzugang in der Heinrichstraße. Mit seiner Erfahrung steht er den Jungen mit Rat und Tat zur Seite. Hallo, ich bin der Hussein, ich bin der längste Mitarbeiter in der Firma. Ich freue mich auf meine Gäste und ich bin fast der Vater von meinen Mitarbeitern. Genießen Sie steirische Schmankerl in einer angenehmen Atmosphäre. Hallo, ich heiße Antoinette, ich bin seit drei Jahren in der Drei-Goldene Kugel, Heinrichstraße und ich mache meinen Job gerne. Hallo, ich bin der Dimitta, ich arbeite in der Drei-Goldene Kugel, Heinrichstraße. Besuchen Sie uns, wir sind nett, freundlich und unser Essen ist die beste in der Stadt. Mahlzeit! Die Filiale Heinrichstraße hat Montag bis Freitag von 8.30 bis 24 Uhr sowie Samstag, Sonntag und Feiertag von 9 bis 24 Uhr für Sie geöffnet. Groß, gut und günstig. Die drei goldenen Kugeln, ein Wirtshaus, das keine Wünsche offen lässt. Groß, gut und günstig. Groß, gut und günstig. Untertitelung des ZDF, 2020